Über 80 Millionen Menschen in Deutschland benötigen Strom, Gas, Wärme und Wasser. Die Versorgung soll sicher sein, immer verfügbar, am besten regional und nachhaltig. Und günstig. Zwischen großen Energiekonzernen und zahlreichen günstig Stromanbietern steht eine Versorgergruppe, die diese Anforderungen erfüllt. Die deutschen Stadtwerke. Stadtwerke pokern nicht, um Gewinne zu maximieren. Die Versorgungssicherheit hat oberste Priorität. Immer. Stadtwerke nahmen in den letzten Jahren tausende Haushalte in die Grundversorgung, deren bisheriger Energieversorger insolvent ging oder die von diesem einseitig gekündigt wurden. Zudem stärken Stadtwerke ihre Region. Mit deiner Energierechnung leistest du einen Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien. Auch der öffentliche Nahverkehr bekommt so einen notwendigen Geldzufluss. Zudem können Schwimmbäder unterhalten werden, Schulen und Vereine werden unterstützt. Im Vergleich zu günstigeren Anbietern kaufen Stadtwerke Energie über einen viel längeren Zeitraum ein. Durch diese langfristige Planung bleiben Preiserhöhungen in Krisenzeiten vergleichsweise moderat. Und bei Klärungsbedarf gibt's ein Kundencenter vor Ort. Mit echten Menschen. Stadtwerke sind Grundpfeiler der Energieversorgung und Motoren der deutschen Energiewende. Stadtwerke versorgen Deutschland. Und dein Stadtwerk versorgt dich.